Stichwort Muttertag. Ich habe vor kurzem gelesen, dass wenn man Wein trinkt, lebenslänglich, also dass man dann länger leben könnte, und zwar jetzt wie Männer, könnte dann zehn Monate länger leben, kann man ja schon mal nicht meckern, und Frauen und Mütter, deswegen komme ich da drauf, das ist schon die gleiche, wie sagen sie immer, Zielgruppe. Ja, jede Mutter ist eine Frau, aber nicht jede Frau ist eine Mutter. Nur damit es nicht erst, mir hat das keiner gesagt. So, also, jetzt Wein trinken. Männer könnten dann zehn Monate länger leben, und Frauen drei Jahre. Jetzt habe ich die ganze Weine weggeschickt.